Also hier könnte ich wohl ne Makrel erwarten. Ich liebe es, man. Yeah. Oh, kleine Küffis, Leute. Gut. Was du grad sagtest. Fisch, Freunde. Gleich der erste Fisch. Göttlich. Wollte eigentlich nur die Schnurstramm machen. Und dann hat einer zugepackt. Ungefähr bei 40 Meter Tiefe. Da kommt was. Sehskorpion. Knorrhahn. Knorrhahn. Wie cool, Schnurri. Oh, der ist krass. Oh, schöner Fisch, ey. Geil. Das war ein Wasser. Ja, das ist krass, ne. Ja, hier kann man jetzt nochmal ganz genau sehen. Hier sind Spikes. Mehrere. Hier, genau am Kiemdeckel müsst ihr aufpassen. Auch nochmal zwei. Auf der anderen Seite auch. Dann hier in den Flossenbereichen hat er seine Giftstaffeln. Also auch ein sehr, sehr gefährlicher Fisch auf jeden Fall. Aber guckt euch an, wie schön der ist, Mann. Diga. 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 Diga.